Einen schönen guten Abend, wie ihr unschwer hören könnt, habe ich voll die heftige maskuline Stimme bekommen. Das liegt einfach daran, weil ich wie ein echter Mann zwei Äpfel geschlachtet habe, so wie es sich für einen echten Mann gehört. Da könnt ihr es sehen, da habe ich zwei Äpfel geschlachtet und förmlich inhaliert. Ich bin nun mal ein echter Mann, wenn er Hunger hat, demnach auch sein Essen selber fängt und auch schlachtet. Jetzt habe ich hier noch vier Äpfel, die ich noch gefangen habe und die ich dann jetzt auf die Tage aufteilen werde und dann einzeln schlachten und verputzen werde. So wie es sich für einen echten Mann gehört. Denn selbst ist der Mann. Ja und da natürlich ein richtiger Mann nie wirklich satt wird, habe ich gerade eben in meinen Fangenfingern, nicht mit meinen Fangenzähnen, da ich ja keine habe, habe ich gerade in den Kühlschrank gegriffen und mir schön was Fleischiges rausgeholt. Denn selbst ist der Mann. Im Übrigen, wie findet ihr meine Frau? Wunderschön, oder? Ihr wisst Bescheid, liebe Girls da draußen. Ja, man kann euch einfach nur noch Girls nennen, weil ihr seid keine echten Frauen. Ja, das ist wirklich hier noch eine echte Frau. Und die werde ich auch auf ewig lieben. Naja, kommen wir jetzt auf jeden Fall mal hier zu der Tatsache, dass ich Hunger habe. So, zuallererst werde ich erstmal hier das Licht anmachen. Ja, so sieht das halt nun mal beim richtigen Mann aus. Schön siffig und eklig. Ja, da hatte ich gerade mein Analabstrich mitgemacht. Corona-negativ ist ja auch mal was Positives. Ja, da hatte ich gerade schon oder vor einigen Stunden mir schon was richtig Feines gemacht. Und zwar das hier, was ich mit meinen Fangfingern aus dem Kühlschrank geholt habe. Ja, denn selbst ist der Mann. Und der Mann, der braucht nur mal Fleisch. Ansonsten ist der Mann kein Mann. Ja, ach ja, erstmal muss ich ja die Pfanne hier noch, bevor ich das Ganze hier öffne. So, die geilen Knusperschnitzel werden jetzt hier mit dem geilen Koksöl angebraten. Ne. Damit das auch eine gewisse Wirkung hat. Einfach rein da. So. Mal schön rein da. So. Und bis das Ganze hier schön flüssig wird. Ne. Das erkaltete Koksöl. Ne. Das muss aus dem entsprechend noch schön heiß werden hier. Oh, ich mache hier die zwei Knusperschnitzel hier raus. Mit meinen Fangfingern. Selbst gefangen und selbst erlegt. Paniert natürlich auch. Und auch selbst eingepackt. Denn selbst ist der Mann. So. Die Pfanne ist startklar. Wenn es schön qualmt. Ne. Dann ist es auf jeden Fall bereit, die Knusperschnitzel reinzulegen. Dann mache ich mal hier das Lüftungssystem an. Sonst riecht die ganze Bude nach Pommesbude. Naja. Beim echten Mann riecht die Wohnung dementsprechend nach Mann. So. Jetzt muss er jetzt hier von jeder Seite so drei, vier Minuten schön anbraten. Damit die Knusperschnitzel auch ihren Namen gerecht werden. So. Von der einen Seite sieht es doch schon mal schön knusprig und braun aus. Wie normal ein richtiges Knusperschnitzel aussehen muss. So. Da legen sie jetzt die zwei Knusperschnitzel auf einer schönen Blutlache. So sieht nämlich ein richtiger männlicher Teller aus. Aber ich möchte euch auch natürlich auch gerne zeigen, dass diese Knusperschnitzel ihren Namen gerecht werden. Vielleicht kann man das ja auch schon so hören. Schön knusprig. Aber ich möchte es euch auf jeden Fall auch gerne noch mal zeigen, wie ich sie mir förmlich inhaliere. So. Da seht ihr jetzt mich und mein männliches Ich-Gesicht. Wie ich mir jetzt hier diese Knusperschnitzel inhaliere. Oh. Da kam ein bisschen Bark mit. Naja. Schadet nicht. Einen richtigen Mann macht das nix. Schön in der Blutlache getrunkt. Seht ihr das? Abschließend Beutel. Selbst ist der Mann. Und die Fresse mal kam. Und die Fresse mal kam. So.